Die Versammlungsdurchsage richtet sich an alle Personen hier auf dem Potsdamer Platz. Ihre Zusammenkunft wird als verbotene Ersatzversammlung bewertet, gemäß der Verbotsverfügung der Versammlungsbehörde vom 11.10.2023. Grund des Verbotes ist die bei der Durchführung der Versammlung bestehende unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, gemäß § 14 Absatz 1 Versammlungsfreiheitsgesetz. Ihre Versammlung unterliegt somit nicht dem Schutz der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8. Die Polizei wird keine Ansammlungen hier zur Art zulassen. Ihr Verbleib am Ort stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Free, free Palestine! 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 Free, free Palestine!